Heute lernen wir wichtige Daten und unsere Geburtsdaten zu nennen. Wir brauchen Originalzahlen und Präpositionen am, wenn wir über Daten sprechen. Wenn man das Geburtsdatum nennen will, gebraucht man die Konstruktion Sein am, geboren. Das ist Max. Er ist am 4. Mai geboren. Seine Mutter ist am 30. Juni geboren. Originalzahlen bekommen die Endung n in dieser Konstruktion. Es gibt auch andere wichtige Daten. Mit den Daten gebrauchen wir die Präposition am und Ordinalzahlen mit der Endung n. Vielen Dank.